Mein Name ist Rolf Meinhardt von der Firma Meinhardt. Unser Unternehmen gibt es seit 1998. Wir sind hier gerade auf unserer Baustelle zum Krummhund. Da haben wir jetzt einige Arbeiten zu Ende geführt, haben dieses Objekt jetzt ein Jahr betreut und sehen davon einige Ausschnitte aus unseren Arbeiten. Wir sind mit sechs Leuten unterwegs, alles Facharbeiter, und führen folgende Arbeiten aus, Innenausbauarbeiten, Wasserschadenbeseitigung, Bauelemente, fachgerechte Bäder. Wir machen also den kompletten Innenausbau schlüsselfertig.